Hallo und willkommen zu diesem Video. Heute geht es um die Geschichte des Versuchsplatzes Kummersdorf. Der Schießplatz wurde nie zur Ausbildung von Salaten genutzt, sondern war von Anfang an als Test- und Erprobungsplatz gedacht. Bis zum Mitte des 19. Jahrhunderts wurde ein Bereich in Tegel im Bereich des heutigen Flughafens als Test- und Erprobungs-Schießplatz verwendet. Bereits 1871 während des Deutsch-Französischen Krieges beauftragte das preußische Kriegsministerium die königlich-preußische Artillerieprüfungskommission, nachfolgend APK genannt, mit der Suche nach einem neuen Erprobungs-Schießplatz, weil der alte Schießplatz aus verschiedenen Gründen den Erfordernissen nicht mehr genügte. Unter anderem auch aus Geheimhaltungsgründen und wobei durch die Entwicklung weitragender Geschütze der Platz einfach zu klein wurde. Somit wurde ein Ausgleich gesucht. Man entschied sich, einen zu weiten Teilen bereits in preußischem Besitz befindlichen Wald, den sogenannten Kummersdorfer Forst südlich von Berlin befindlich, zum neuen Schießplatz auszubauen. Es wurde auch ein Eisenbahngleis vom damaligen Militärbahnhof Schöneberg zum Schießplatz Kummersdorf gelegt. Die Eröffnung des Bahnbetriebes am 15.10.1875 gilt als Eröffnung des Schießplatzes. Der eigentliche Schießbetrieb wurde aber erst zu Beginn der 1880er Jahre aufgenommen. Der Schießplatz ist etwa 10.200 Meter lang. Manche Quellen nennen auch eine Länge von 12.995 Metern. Den Grund dafür nenne ich später noch. Die Breite beträgt 1.000 Meter, wovon die eigentliche Schießbahn etwa 200 Meter reserviert war. Der Rest wurde für Transport- und Sicherungsaufgaben benötigt. Von der Batterielinie, der sogenannten Nulllinie ausgesehen, gibt es auf der linken Seite Beobachtungsstände, die über Telefon mit der Schießleitung verbunden waren. Es gab aber auch einzelne Beobachtungsstände am rechten Rand. Insgesamt sollen es 55 Beobachtungsstände gewesen sein, nachweisbar sind aktuell 42 Stände. Links neben den Beobachtungsständen verlief eine Feldbahn mit 755 Millimetern Spurweite. Diese wurde ab 1888 gebaut. Mit Hilfe dieser Feldbahn konnten die Artillerieoffiziere und Feuerwerker zu den jeweiligen Beobachtungsständen fahren, um von dort das Schießen zu beobachten. Es gab eine Hauptbatterie und eine Nebenbatterie, die für kleinere Aufgaben genutzt wurde. Es führten auch weiterhin offizielle Wege über die Schießbahn, welche umliegende Orte verbanden. Während die Schießens waren diese Wege gesperrt. In den ersten Jahren nach Aufnahme des Schießbetriebes wurde in den lokalen Zeitungen veröffentlicht, wann die Wege gesperrt wurden. Später, bei zunehmendem Schießbetrieb wurde dann nur noch geschrieben, wann die Wege mal nicht gesperrt wurden. Die Entwicklung des Platzes ging rasch vonstatten. Es wurden die Sicherungsanlagen und vieles andere gebaut. Die dafür notwendigen Menschen siedelten sich vor Ort an. Am 18.06.1877 wurde eine Versuchskompanie, der APK, aufgestellt und im selben Jahr nach Kummersdorf verlagert. Sie war vor allem für die praktische Umsetzung des Schießens verantwortlich. Sie betreute die Geschütze. Die Kompanie bestand aus fünf Zeugfeldwebeln, 25 Oberfeuerwerker und Feuerwerkern sowie einem technischen Direktor. 1880 begann die Umstellung von Schwarzpulver auf rauchloses Pulver, im gleichen Jahr die Nutzung von Pikrinsäure als Sprengstoff. Wozu wird so eine Test- und Erprobungsschießbahn überhaupt benötigt? Zum einen wurden durch private Firmen, beispielsweise Krupp oder Rheinmetall, Kanonen hergestellt und der preußischen Armee zum Kauf angeboten. Diese Kanonen und natürlich auch andere Waffen wurden natürlich durch die APK getestet und beurteilt. Als Beispiel will ich hier mal die Entwicklung des Rohrerücklaufgeschützes durch Konrad Haus nennen. Die Leistungsfähigkeit dieser Entwicklung wurde damals weder von der Firma Krupp noch von den Beamten der APK erkannt. Das Rohrerücklaufsystem wurde getestet und abgelehnt. Erst die Einführung von Rohrerücklaufkanonen in der französischen Armee brachte die APK zum Umdenken. Nunmehr wurde auch in der preußischen Armee dieses System getestet und dann 1904 eingeführt. Zum anderen wurden selbstverständlich auch Waffen anderer Nationen getestet, so sie dann zur Verfügung standen. Weiterhin wurde alles getestet, was irgendwie für militärische Belange interessant war. So gab es zum Beispiel eine Messanlage für die Infanteriegeschwindigkeit, also Marschieren. Versuche zur Brisanz von Explosivstoffen wurden durchgeführt und auch eine Messanlage für die Geschwindigkeit von Artilleriegeschossen war vorhanden. Es gab ab 1925 eine Heereshundeschule, Nachrichtenverfahren und Wetterbeobachtungen wurden durchgeführt und es gab eine fotografisch-technische Abteilung. Kurz gesagt, von der Stiefelsohle bis zum 42 cm geschützt wurde in Kummersdorf alles getestet, was irgendwie militärisch relevant war. Selbstverständlich wurden auch die Stahlhilme in Kummersdorf getestet, so beispielsweise der M16 in einer Anzahl von 400 Stück 1915 und später ab 1934 der M35 in einer Anzahl von immerhin 1134 Stück. Diese Stahlhilme wurden dann beschossen und zwar mit 10,5 cm Granaten, die in der Luft explodierten, damit wollte man das Splitterverhalten untersuchen. Und natürlich wurden ebenso Beutestahlhilme getestet und beschossen. Und damit kommen wir auch zur bereits genannten Länge der Schießbahn von 12.995 Metern. Der Punkt am Ende der Schießbahn, eben bei 12.995 Metern, ist nämlich eine Feuerstellung beim Ort Kleinschulzendorf, von welcher aus bei Beginn des Ersten Weltkriegs der 42 cm Mörse die Gebärter in Richtung der Nulllinie feuerte. 1913 wurden von Hansa Luftschiffen und von alten, vom Flughafen Döberitz gestarteten Wright-Doppeldeckern Bombenabwürfe durchgeführt. Es wurden aber nicht nur Kanonen getestet, es wurden auch Zielbauten errichtet, die dann mittels gezielter Schüsse zerstört werden sollten. Bekannte Zielbauten sind hier beispielsweise das Vereinigte Panzer- und Gewölbeziel, wo Festungselemente deutscher und französischer Festungsbaumanier nachgebaut und mit 21 cm Mörsern beschossen wurden, und die großen Eisenbetonversuchsbauten im Bereich bei 9.000 Meter der Schießbahn. Oder auch der als Schumannscher Turm bekannte lange 15 cm Panzerturm. Aufgrund der Vielfältigkeit der Aufgaben ergab sich die Notwendigkeit einer zweiten Schießbahn. Diese wurde während des Ersten Weltkriegs 1917 als Schießbahn Westen in Betrieb genommen. Die große Schießbahn wurde dann weiter als Schießbahn Ost bekannt. Die Schießbahn West ist 7.500 Meter lang, hat auf der linken Seite 10 im Vergleich zu den Ständen der Schießbahn Ost wesentlich größere Beobachtungsstände. Es gab gleich zu Beginn zwei Messhäuser und das Klimahaus, in welchem die Waffen und Munition gekühlt oder erwärmt wurden und dann aus dem Klimahaus auf die Bahn geschossen wurde. Es gibt auch hier einige Besonderheiten, so zum Beispiel den Bensbergsee, ein künstlich angelegtes, rechteckiges Gewässer, welches mit unter Wasser befindlichen Siemens-Hochgeschwindigkeitskameras ausgerüstet war. In diesen See wurde nun hineingeschossen in Gruppen zu je 10 Stück und das Verhalten der Geschosse unter Wasser gefilmt und ausgewertet. So wollte man das Aufprallverhalten von Geschossen erforschen. Auch das Zielfeld West am nördlichen Ende, so wie die große Zielscheibe sind zu nennen. Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg wurde durch die Alliierten auch der Betrieb des Schießplatzes Kummersdorf zunächst untersagt. Militär und Zivilangestellte wurden entlassen, nur eine sehr kleine Rumpfmannschaft blieb, um die Sicherheit zu gewährleisten. Technische Einrichtungen wurden durch die Alliierten entfernt, natürlich war man auch an den Testergebnissen interessiert. In der Zeit zwischen den Weltkriegen kam dann auch die Schrottsuche auf den Schießplatz. Es wurde ja längst nicht nur mit scharfer Munition geschossen, vielfach wurde blind laboriert oder auch sogenannte Anschlussknüppel verwendet. Das sind Eisengussstücke verschiedenster Kaliber, die als Granatersatz verschossen wurden und nun im Boden vor sich hin rosten. Schrottsucher gingen über die Bahn und stocherten mit langen Eisenstangen im Boden und Gruben bei Widerstand das Metall aus. Leider kam es dabei auch zu Unfällen. Mehrfach wurden Schrottsammler getötet oder verletzt. Nach den Bedingungen des Versailler Vertrags durfte Deutschland ein Rumpfwehrunterwaffen behalten. Die IMKK verließ im Januar 1927 Deutschland. Somit nahm dann auch der Betrieb auf dem Schießplatz Kummersdorf wieder zu. Es kamen neue Aufgaben dazu. Es wurde die erste Verkehrstechnische Untersuchungsanstalt, Verskraft, 1926 gegründet. Später kamen weitere Anstalten dazu. Die Versuchsanstalt Ost und West, wo Werner von Braun seine ersten Raketenversuche durchführte. Die Versuchsanstalt Gottho mit Versuchung, Atomkraft als Waffe zu nutzen. Eine Versuchsstelle Nachrichten und weitere Versuchstellen. Hundeschule, Schallmessschule, Wetterbeobachtungsschule, Versuchsstelle Hegesee. Um nur einige zu nennen. Ab 1937 wurde der Sprengplatz Adlershorst entwickelt. Dort wurden Sprengplätze und eine Anlage zum Beschuss von Panzerplatten gebaut. Aus den Sprengplätzen wurden Versuche zur Splitterwirkung von Granaten durchgeführt. Somit gingen dann die beiden Schießbahnen in die Heeresversuchsanstalt Kummersdorf auf. Insgesamt war die Anlage auf etwa 3500 Hektar ausgedehnt. Auch die Rolle der genannten Versuchsanstalten oben werde ich noch in separaten Videos beleuchten. Die Schießbahn und dann später die Heeresversuchsanstalt wurde auch von den jeweiligen Staatsoberhäuptern besucht. So war der Kaiser Wilhelm II. dreimal und der Reichskanzler Adolf Hitler mindestens zweimal zu Besuch und überzeugten sich bei Waffenvorführung von der Leistungsfähigkeit eben dieser. 1937 wurde die große Heeresarbeitersiedlung feierlich eröffnet. In Siedlungshäusern, die bis heute weitgehend unverändert sind, lebten Arbeiter, Techniker und Ingenieure mit ihren Familien. Das Ende des Dritten Reiches war auch das Ende der Heeresversuchsanstalt Kummersdorf. Im April 1945 wurde die Anlage von der sowjetischen Armee besetzt. Auch hier wussten die Besatzer natürlich genau, was sie dort hatten. So kam beispielsweise auch der Chef der sowjetischen Raketenforschung, Sergej Korolev, nach Kummersdorf, um die Raketenprüfstände zu besichtigen. Auch jetzt wurden natürlich technische Anlagen und noch vorhandene Unterlagen in die Sowjetunion verbracht. Auch noch greifbare Ingenieure wurden ebenfalls in die Sowjetunion zwangsweise verpflichtet. Wenigstens teilweise wurde das Gelände von der sowjetischen Armee weiter genutzt. So der gesamte Kasernenbereich in Kummersdorf und der Ausbildungsbereich der Eisenbahnpioniere in Speerenberg. Mindestens bis Februar 1946 wurde das Gelände von der Roten Armee weiter als Schießplatz genutzt. In den 50er Jahren wurden Bereiche der Schießbahn Ost als Bombenabwurfplätze für die sowjetische Luftwaffe genutzt. Nachdem versehentlich die ehemalige Heeresarbeitersiedlung bombardiert wurde, Essholter zerstört wurden und auch zu einem Todesfall kamen, wurde mit den Bombenabwurfübungen aufgehört. Quer über die alte Schießbahn Ost wurde dann noch ab 1958 der Transportflughafen Speerenberg gebaut. Die beiden Schießbahnen sowie die Forschungseinrichtungen wurden als solche nicht weiterverwendet. Seit dem Abzug der russischen Garnisonen aus Speerenberg und Kummersdorf steht das Gelände ungenutzt leer. Gebäude verfallen, die Natur holt sie ihren Teil zurück. In Kummersdorf hat sie einen Verein gegründet, welcher das Andenken an den Militärstandort Kummersdorf aufrechterhält und versucht mittels eines Museums in der Natur zu zeigen, was sich hier entwickelt hat. Der Verein bietet auch Führungen über einen kleinen Teil des Geländes an. Fast das gesamte Gelände der ehemaligen Heeresversuchsanstalt Kummersdorf steht unter Flächendenkmalschutz und ist im übrigen Eigentum des Landes Brandenburg. Aktuell werden Solarpaneele und Windkraftanlagen geplant. Die administrative Entwicklung Am 12. November 1874 wurde mittels Kabinettsorder durch den preußischen König Wilhelm I. genehmigt, zur Anlage des Schießplatzes eine forstfiskalische Fläche von 750 Hektar für den Preis von 750.000 Mark anzukaufen. Weiterhin konnten 2.328 Hektar, die bereits im preußischen Besitz waren, zur Nutzung als Sicherheitsgelände übergeben werden. Durch einen Oberstleutnant Schulz von der APK wurde dann das Gelände abgesteckt. 1885 wurde das Gelände Artillerie-Schießplatz Kummersdorf genannt. Ab 1891 wurde der selbstständige Gutsbezirk Kummersdorf-Schießplatz mit einer Größe von 878 Hektar gebildet. Der heutige Name der Siedlung, Kummersdorf-Gut, ist nach dem letzten Krieg wahrscheinlich vom Wort Heeresgutsbezirk entlehnt worden. Jedenfalls verfügte das Landratsamt Teltow vor dem 24. Mai 1946 die Umbenennung von Kummersdorf-Schießplatz in Kummersdorf-Gut. Bevölkerungsentwicklung 1890 lebten 283 Menschen auf dem Schießplatz, unter anderem in der großen Kaserne. Im Januar 1916 waren alleine in der Depotverwaltung 135 Arbeiter und Arbeiterinnen beschäftigt. Und im Jahr 1900 gab es bereits zwei Zivilhäuser, im Jahr 1931 dann 19. 1925 gab es 255 Einwohner und im Jahr 1933 wurden für die vielen Fachkräfte und Beamten die Beamtenhäuser gebaut. Ab 1935 begann der Bau der ersten deutschen Heeresarbeiter-Siedlung. Diese wurde am 12. April 1937 feierlich eingeweiht. 1933 lebten 1477 Menschen in Kummersdorf, 1945 weit über 2000. Heute hat der Ort noch etwa knapp 500 Einwohner. Verantwortlich für die Verwaltung des Schießplatzes waren Von 1874 bis zum Ende des Ersten Weltkrieges die Preußische Artillerieprüfungskommission Berlin Von 1919 bis zum November 1922 die Reichstreuhandgesellschaft Von 1922 bis 1935 das Reichswehrministerium Inspektion für Waffen und Gerät Ab 1936 bis 1945 die Wehrmacht, Heereswaffenamt, Warprüf Von 1945 bis 1994 die Sowjetarmee bzw. die WGT Und ab 1994 übernahm der Bund und später das Land Brandenburg die Verantwortung für das Gelände Jo, das war's. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da oder Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Helge 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 Untertitelung des ZDF, 2020